...des Förderndes Wachstums aller Lebewesen dieser Welt. Du bist der Visionär. Du bist der Erbauer der unvergleichlichen Stadt-Arketate. Glanzvolle Eichnete. Wer schafft Arket-Arthons, den Horizont-Arthons? Ich fand den Platz schiffend auf dem Meer und es war Arthons selbst, die sich dazu anhielt, ihr hier den Tempel zu bauen. Und ich stand, die ihresgleichen niemals für sie zu errichten. Viele sind es, ungezählte Zehntausende, die hierher kommen, um den Neuen im Glauben zu holen. Arbeit gibt es reichlich, denn alle wollen sie verpflegt sein wie die neue göttliche Stadt-Arketate. Hunderte Künstler frizieren sie mit poetischen Hieroglyphen und Wachsalierten, künden von deiner überragenden Erkenntnis, an den großmütigen Wohltagen und deiner kinderreichen Familie, worüber Arthons ihre Strahlen enthält. Sie bemalen Wände und wühlen mit einem Lieblingsmotiv aus den Tierenpflanzenbrücken, auf flatternde Enten über Papyrus und Lotus, wie er schüttert in Schnelligkeit. Arket Arthur, groß in Herrlichkeit, meisterlich in wohltuenden Zeremonien, reich an Besitz, die Gaben des Reh inmitten. Im Anglicke der Schönheit entsteht Jugend. Sie ist liebreitend und wunderschön, wenn man sie betrachtet.